Hallo zusammen, hier ist Emily von meinem Hauptaccount. Wir gehen in die Kampagne der Lehre und dann zur Senke und versuchen uns mit diesen beiden Kämpfen hier, mit der 134, wobei sich das hier mit zweimal Morax, Amenra, Holora und Aspos und wie heißt du, weiß ich gar nicht, ziemlich schwer gestalten wird, gehe ich mal von aus und Yahoo, Amenra, oh Gott, oh Gott, oh Gott, vergessen, Visa und nochmal der Kandidat ohne Namen, wird bestimmt lustig, wieso habe ich bloß so ein Gedächtnis wie ein Sieb? Oh Mann, ist das blöd. Gott, wie heißt die Trulla denn noch? Ist das blöd, wenn einem das nicht einfallen will? Oh nein, du Armleuchter, was soll das? Den Sieg hättest du mir noch gönnen können, was soll denn der Blödsinn? Du doofer Morax, ich mag dich nicht. Eos. Eos heißt die. Meine Güte, jedes Mal vergesse ich das. Wobei die noch geht, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre, ist das glaube ich... Weiß ich gar nicht. War das Transzendenz oder war das eine normale Eos? Muss ich gleich mal gucken. Wenn wir denn soweit sind. Ja, ich glaube es Transzendenz. Oh Mann, bitte, 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 bitte. Yee. Kaputt, 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 kaputt. Ich habe euch kaputt gemacht. So, und die nächsten. Ja, ja, so ist das. Ja, kann lustig werden. Ja. Meine Puppe ist schon mal weg. Eos ist auch weg. Heißt zwar noch gar nichts, ist aber durchaus hilfreich. So, der ist auch weg, dessen Name ich ständig nicht weiß. Und Wieser ist auch Geschichte, das ist sehr hilfreich. Come on, come on, come on. Die Xiahus haben wir auch weg. Jetzt nur noch, du Truller. Come on, come on. Ha. Ho, 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 ho. Bitte, und dir wird gegeben. Yee. Ho, ho. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ich danke euch fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.